Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Herr Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Er ist bleibling im Raum, Keiter, Yodler, Krebs oder Bachter. Das war ein Befehl! Der Angriff Stein, das war ein Befehl! Wer schickt sie? Das hier ist Martin, sie sind mein Befehl, sie sind jetzt leistlos. So weit ist das einfach Geld rum. Der Militär hat mit Verlogen! Jeder hat mit Verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiteres ein Haufen niederprächtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblicken... Die Stadt Feiglinge! Verreicher, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch geschmeißenes deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Kabel hält! Jahrelang hat das Militär mal eine Aktion in Lübe hielt! Es hat mich jeden nur als bestätigen Widerstand in den Weg gelegt! Ich hatte gut daran getan, um jahrelang alle höhere Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie, und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert! Verräter, von allem Anfang an bin ich nur verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübt im ganzen Volke! Tun Sie, was Sie wollen!